hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die so wir wollen wir die schmiede austesten hier da können wir schon mal ein bisschen was hier die trance ein messen können wir da reinhauen und die heizkörper hier haben wir auf jeden fall das können wir schnabulieren ausräumen ja passt ne so dann wollen wir mal die schmiede füttern Jasmin die schmiede schmilzt messing ein dann können wir bei gelegenheit noch eisen mit reinhauen und 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 ich wollte mich ja eigentlich meine schockstabs entlegen knüpple ich möchte wieder ein holz knüpple haben stufe eins ist okay wo man die city weiter erforschen was haben wir denn hier noch das trifft sich gut ein bisschen plastik lästig fantastik ich dachte da war ich schon dran so gute steile ich habe hier noch ein kadaver jasmin mit lang gezogenem okay keep out ich kann kein französisch rein da ein schuss und ihr habt das wohn getroffen hallo ah die frau des hauses ist da ja haben sie mal zucker oder was zu trinken ich habe wirklich durst die habe ich erstmal auf die couch geflext oh das scheint ihrem ehemann gar nicht zu gefallen wieso kann er mich ich sag da jetzt nichts zu ich bräuchte auch noch kunig die frau des hauses ist da klar moment ich brauche ausdauer mein freund was habt ihr denn hier feines ja ich weiß du hast tolle dorst oh jasmin ich hab solch ein dorst ich kann nur durchfallwasser trinken hey wieso hast du nix mitgenommen äh frag nicht hab ich aber ja ich werd schon noch was finden ne oh 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 lecker ja das schmeckt mir ja genau so einer geht noch ok jetzt brauche ich ausdauer wollte ich nicht sinnlos gegen das geländer kloppen wie sonst auch ich würde gerne meine ausdauers gehen ach so ich habe ja noch punkte die ich investieren kann da müssen wir auch mal gucken ja ich muss gehe ah oder oder ich werde es ich bin da Also im Großen und Ganzen war die Hütte nicht schlecht, aber ich muss jetzt das Süffwasser trinken. Jasmin, du wirst ja, dass mein Magen randaliert. Ich hoffe, ich finde jetzt noch mal was Gescheites zu trinken. So, jetzt kann ich dieses Gold-Dings-Funksthema machen. Nee, immer noch nicht. Gold-Rühmchen-Tee? Ja. Doch, das kann ich machen. Einmal vier Stück, was? Das ist doch gegen Durchfall, glaube ich. Wie habe ich das Gefühl, die haben alle mehr Power als früher. Beschleunigt die Erholung von Durchfall. Hm, Durchfall. So, das haben wir auch geplündert. Dann bräuchten wir bald mal wieder ein bisschen Fleisch. Das ist in der Kiste nichts mehr. Nee, das habe ich jetzt für, ähm, Steak. Speck mit Eiern. Ein bisschen, dass wir ein bisschen was zu essen haben und trinken. Trinken mache ich jetzt den Tee. Dann haben wir noch fünf Wasser. Hm. Zwei noch roten Tee, zwei. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Aber. Pfeil. 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 Oh, ich freue noch mal Leben. Oh, okay, mal los. Also jetzt reicht es aber. Kniedige Frau. Reicht? So unhöflich. Zwei Pfeile. So, ich dachte, du meinst mich. Ja, ich habe ihr genau ins Herz geschossen. Und da ist wieder der Beweis. Frauen haben kein Herz. Die ist einfach weitergelaufen. Das ist gar schon unbeliebt, glaube ich. Äh. Äh. Nein, 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 nein. Tja, das nennt man Karma. Das ist doch ein scheiß Scherz. Nein. Hm. Das ist jetzt auch ein Blitz. Karma nennt man das. Ich hatte in der letzten Alpha-Version nie diese Probleme. Vor allem nicht in der Stärke. Einfach schlecht. Die sind einfach mega stark geworden, die Zombie. Äh, sieh, ich habe das Gefühl, die sind viel stärker. Vielleicht kommt einem das nur so vor, weil wir sind ja jetzt auch nicht besonders gut ausgerüstet. Ich weiß gar nicht, wie das am Anfang war, wo wir immer gestorben sind. Es kam mal vor, aber nicht in der Masse. Ja, am Anfang bin ich, glaube ich, auch oft. Ich gehe jetzt zu Zoe im Salon. Ich werde mich jetzt frisch machen gehen. Ich werde mich jetzt frisch machen. Oh Gott, der hat gesessen. Ups. Ah. Am Anfang sind wir auch gestorben, weil wir nichts zu essen und trinken hatten, ne? Ja. Und diesmal sterben wir, weil die uns da voll fertig machen, ey. Ja, weil die uns vermöbeln. Die sind total aggressiv. Also ich mache ja eher. Äh, Schrotflinten, jo. Die sind absolut gemein, sind die. Die schlagen ja zu, als gäbe es kein Morgen. Ja. So. Du bist nicht mein Freund. Das Ding hat eine Klinke, ne? Ist dir schon bewusst, oder? Mei, oh mei. Diese Zombies. Ja. Diese Zombies. Oha. Äh, Tool Digist. Verbesser die Fertigkeit zum Erntewerkzeug. Da hatte ich auch noch gar nichts, ne? Oh doch, Erntewerkzeug habe ich drei gelernt. Habe ich das gelernt, nicht du? Hm. Ich hätte spüren können, dass du das gelernt hattest. Nee. Hattest du doch, glaube ich, gefragt. Dann kann ich ja bald eine Axt machen. Du wolltest mir es eigentlich geben, aber ich glaube, du hast es gelesen. Weil du hast gesagt, weil ich hier anbaue. Fuck. Oh, man. Oha, voll laut, ey. Der ging nicht daneben. Er steht wieder auf. Bitte recht freundlich. Herrlich. Oh nein. Ja genau, wie viel hält dieser blöde Köter aus? Ich hasse Hunde, die nicht erzogen sind. Und ich bin wieder infiziert. Vier Schläge hat er ausgehalten. Und ich schieße grottig mit der Schrotpinke. Ich bräuchte mal irgendwie ein bisschen Leben. Er geht in einer Tritt rauf. Ja, ist unnormal. Das ist nicht mehr normal. Ich kann jetzt auch nicht mehr lange unterwegs sein. Ich kann nur noch ande sein. safety first Ok, später rein Später Später Das lohnt nicht Die Tür hat alleine 1000 HP Und wenn ich da schnell raus muss, habe ich ein Problem Ja Ja Äh, wo wohnen wir denn da? Oh, Schießpulver Und Maisam Ja Ich mache mich mal auf den Weg zu dir Oh, Schießpulver Oh, Schießpulver So So Ein guter Stein Ein kleiner Stein Fand den ziemlich groß Ja, die sind größer geworden Oh, Schießpulver Oh, Jasmin Rat mal, wer wieder zu Hause ist Du Äh, nee Rate noch mal Du Nee, noch nicht Aber Jetzt rate mal Du Okay, ich antworte dir nicht Aber, äh, dreh dich mal um Tada Ich bin zu Hause Guck mal hier, die Ecke Habe ich das schön gemacht, oder nicht? Das sieht gar nicht schlecht aus In Cubblestone, ne? Auf jeden Fall stabil Braves Mädchen Ganz braves Mädchen Das hast du toll gemacht Ja, lass dich streicheln Ja, hm Ja, mit einem Bier Würde mir das mehr Spaß machen Warte mal hier Äh Natürlich habe ich dir wieder was mitgebracht Sag einfach, wenn du soweit bist Ja, ja, mach schon Noch eins Ich habe das erstmal in eine Kiste gepackt Danke Stufe 3 Das ist mein altes Weil ich habe Stufe 5 Ja Ich packe das erstmal hin Alter, da wollte ich das gerade reinpacken Ich hatte doch Ach hier Äh, Schisspulver Dann habe ich hier noch ein bisschen was für die Nahrungskiste Ich packe ja mal ein Teil bei, ne? So, ich werde aber höchstwahrscheinlich wieder an einer Infektion sterben Du hast nicht wieder Honig Äh, äh Schade, der könnte mich retten Achso, äh, wegen deiner Rüstung, ne? Hm Hier Ein Moment Du, 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 du Du, du, du Du, 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 du Du, 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 du Holz Da, 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 da Da, da, da Wir können doch eigentlich den. So viel haben wir eh nicht, aber... Wo bist du denn? Ich bin unten. So, und das behalte ich. Das kann in die Kiste mit dem. So, und was haben wir denn hier noch drinnen? Ach nee, da hatte ich gar nichts. So, und was haben wir denn auch gemacht? So, was ich für heute. So, ich weiß nicht, dass du hier in Ordnung wißt. So, ich weiß nicht, dass du hier in Ordnung wißt. Ja, ja. Oh, und zu guter Letzt können wir noch ein bisschen Wasser in die Kiste schmeißen. Hier ist doch bestimmt wieder Platz, ne? Oh nein, bin nicht doof. Ich weiß, ich weiß. Weine nicht, kleines Mädchen. Wir wissen Bescheid. Na. So, wo bist du denn überhaupt? Irgendwie Ärger oder was? Bist du draußen? Der will mich doch verarschen. Achso, da bist du. Ich gucke mal ein bisschen nach Baumstumpen. Ja, ich brauche Kleber. Mich gelüstet mein Leib nach Honig. Achso, Leder brauche ich auch, ne. Willst du Fenster polieren? Ne, ich will mal Kleber herstellen. Kleberband. Willst du was cooles bauen? Vielleicht. Für mich? Ne. Nö, nö. Was willst du bauen? Werde ich dir sagen, wenn ich's hab. Oh. Ich geh mal hinten zum Wald. Da waren ja eigentlich viele Baumstämme. Äh, nö, aber hier ist eine Miene. Blei. Weiß ich. Kann ich gar nicht machen. Die Miete des Eisen fehlt mir. So, ich kann hier noch, äh, Punkte investieren. Aber ich kann hier 다니ten. Das ist interessant. ich kann hier vielleicht ein bisschenprint� gesehen. Und? Sooo... Wieso? Haben wir hier noch halbe Bäume? Du siehst den Baumstamm vor lauter Bäumen nicht. Da. Und, was schätzt du, wie hoch ist die Chance? Finde ich noch Honig, bevor ich 5% infiziert bin? Vielleicht. Hier zumindest nicht. Hallo, Bob. Das Nest willst du nicht haben, oder? Ich? Ne, er. Na gut. Bob, wenn du nicht möchtest, ich genehmige mir das doch gerne. So, da hinten. Oh. Was kann ich sagen? Ach, komm. Weg hier, das ist mein Honig. War kein Honig drin. Du kannst den Baumstamm behalten, Süße. Ja, 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 ja. Diese lauen Sommernächte, ne? Ich leg mich da zu. Oh Gott. Oder? Ja, herrlich. Dieses Wetter. So, ich muss jetzt aber auch weiter. Ist das hier Blei? Blei. Ein Blei, ein Stein. Ein Stein. Zeit ist relativ. Sieht aktuell nicht gut aus für mich, Jasmin. Ich habe 4,9% Infektion hinter mir und immer noch kein Baumstamm. Hm. Also, kein, der... Honig hat. Ist das Kohle? Ich habe Kohle gefunden. Gut. Markiere ich mal, bis wir besseres Werkzeug haben, ne? Hm. Machen Sie dieses. Der lebensrettende Baumstamm. Hm. Das ist er. Ich, ich spüre es. Ich kann den Honig quasi schon riechen. Hörmlich schmecken. Ja. 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 Absolut, Enttäuschung. Äh. Ich habe am Anfang so oft Honig gefunden. Was ist passiert? Ich habe am Anfang auch Honig gefunden viel. Hätten wir mal uns sparen dann. Ja. Aber du brauchtest den ja jetzt öfter. Ja. Aufgrund meines, ähm, herausragenden Backups, das ich bekommen habe, bin ich irgendwie öfters draufgegangen. Also, ich würde dich nicht kritisieren oder so. Du hast das toll gemacht. Nur, hatte ich halt kein Backup, ne? Wieso kann ich das noch nicht machen? Och, Mann. Hm. Gucke. Gull. Jasmin. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht hier. Sag mir wann. Ich habe auch keinen Honig drin. Haben wir alle Honigbäume schon geflündert? Hier ist auch nochmal ein Honig. Vielleicht. I guess. I hope. Ich dachte, ich könnte wir eine Axt bauen, ey. Scheiße. Ja, hast du gedacht, ne? Dann musst du elf Bücher lesen. Das ist doch nicht wahr. Jasmin, was ist denn los hier? Ich glaube, so langsam kann ich das mit dem Honig vergessen, weil, äh, bis ich in der Basis bin, ist 22 Uhr. Mhm. Schande. Ich war immer noch nicht beim Händler. Ich habe den noch nicht gesehen. Wo ist denn der? 500 Meter Sastel. 500 Meter Sastel. Aber das ist doch nicht Bob, oder? Dir wird doch nicht Bob angezeigt. Sind das 500 Meter nur? Nee, nicht im Leben. Oder? Ich kann nicht... Nee, ich glaube das nicht. Wird dir auch angezeigt, wie der Händler heißt? So, es geht auf 22 Uhr zu. Ich komme jetzt langsameres Schrittes nach Hause getrampelt. Oh, der aber gekreischt, du. Ah, komm hier, Hase. Huch. Ich weigere mich zu essen, wenn ich jetzt sowieso infiziert bin und dann alle zwei Sekunden essen darf. In einer Tour keine Ausdauer. Hast du mal gemerkt, dass es diesen Tyrannosaurus Rex nicht mehr gibt? Ja, der wurde rausgenommen. So, brauchst du denn noch Leder? Nee, ich kann meine Axt ja nicht bauen. Hast du das Leder in der Tasche behalten? Ja, brauchst du das? Nee, nee, ich wollte es nur wissen. Ja, weil ich das doch bald machen kann, habe ich das schon gemacht. Mhm. 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 Ähm... Ähm... Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Ich muss da gar nichts vorbauen, außer so... Ah... Ich würde trotzdem gerne die Tore zu haben. Was hast du denn? Äh... Irgendwer hat hier die Kiste umsortiert. Oben? Links? Nee, ich habe die aus Versehen bei mir reingepackt gehabt. Dann habe ich das da einfach nur reingeschmissen. Hm... Ist mir aufgefallen. Schön für dich. Ähm... 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 Zamanli so. Ähm... Wir brauchen andere Kisten, glaube ich. Damit wir das besser sortieren können. Sortieren... War hier eigentlich was in dem Eimer drinnen? Oben? Äh... Nee. Nee, nee, nee. Kann der weg? Kann der weg? Ja, der Kühlschrank auch. Ja? Ja? Dächer? Ja. Ups. Ich habe nichts in der Hand gehabt. Hm... Ich... Wie du mir eiskalt den Rücken zudrehst. Ich... Ich verstehe die Symbolik. Ich gehe in mein Zimmer. Endlich. Mein Zimmer ist hier drin, habe ich entschieden. Draußen ist mir das zu gefährlich. Das hier ist mein Zimmer. Ha! Ha! So, dann... Das war's für heute. Wir sind morgen wieder mit dabei. Wir gehen jetzt langsam Richtung Bluten und Vorbereitung. Also so... Ich bereite mich schon drauf. Ich würde ja behaupten, es läuft langsam an, aber... Ja... Ich würde mal gern wissen, mit was wir die killen wollen. Äh... Pfeile? Ja, müssen wir Steine und Federn sammeln. Ja. Ja... Ja... Ich sammle ja schon die ganze Zeit. Ja... Und ich baue hier, damit das... Ne? Und halt Munition, was ich finde, ne? So, wir sind morgen wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet wieder ein. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Tschaui! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.